Moin Leute, seit dem 6.11.2020 gibt es nämlich ein cooles Mediabook von Bush Media Group zu kaufen, nämlich African Kung Fu Nazis. Hört sich suspekt an. Ist eine Mischung ein bisschen aus Karate Kid und Iron Sky. Und was das bedeutet, das sage ich euch nämlich jetzt im Nerd Check. So, jetzt habe ich mir mal gedacht, wir gucken uns mal diese 2 Dist Limited Collector Station an mit diesem exklusiven Bonus Material. Mediabook Cover ohne FSK Logo und Werbung. Natürlich hier das FSK 18 Logo und dann hast du hier halt noch so ein, ja so ein Sheet, hier so ein Blatt drauf, was man sich abmachen kann. Ich mache das jetzt mal jetzt hier ab. Einmal kurz weg noch zu sagen, dieses Mediabook ist auf 2.000 Stück limitiert. Kostet, glaube ich, ich habe letztens gesehen 22 Euro und hat auf jeden Fall ein sehr cooles Artwork, was man hier sehen kann. So ein bisschen Retro-Style hier in der Art. Wir sehen auf jeden Fall hier auf den Mediabook Rücken hier, so nennt man das hier auf jeden Fall, nochmal ein bisschen das Artcover. Da weiß man auf jeden Fall, was das Sache ist. Ich weiß das gar nicht, wie das mit dem Pandemie-Film ist. Ob das auch mal dann so dargestellt wird, das müsste man nächstes Mal nochmal gucken. Hier auf jeden Fall das Logo von Bushmedia und natürlich dann hier der Titel. Der Titel hätte ein bisschen größer sein können, aber finde ich, ist total in Ordnung. Hier hinten habt ihr auf jeden Fall die Story an sich. Die ist wirklich auch sehr crazy. Auf jeden Fall hier nochmal ein paar Szenenbilder, die ihr sehen könnt. Und hier oben dann nochmal das Bild mit Adolf Hitler. Und hier unten habt ihr dann nochmal ein paar Infos. Das ist natürlich dann hier die Blu-Ray mit Top-Film, 84 Minuten, Deutsch-DTAs, HD ist hier auf jeden Fall drauf. Verschiedene Untertitel. Blu-Ray mit African-Kofu-Nazis, Documentation, Laufzeit 102 Minuten, Delete-Scenes und so weiter. Alles, ne? Meine ist hier auf 737 limitiert. Sagte ich ja, auf 2000 Stück ist die dann auf jeden Fall limitiert. Der Film ist 2020 jetzt dann erschienen, ab den 6.11.2020 auf Mediabook und wird natürlich auch auf DVD-Bure und digital erscheinen. Schauen wir mal kurz rein, was hier so Sache ist. Oh, das ist der falsche Film. Wir sehen auf jeden Fall hier die Disc auf jeden Fall, die Haupt-Disc. Mit auch wieder den gleichen Cover, Art-Cover. Hier das Buchlett hat das gleiche Art-Cover. Die Papiere sind, ich habe mir das ja alles durchgelesen, auf jeden Fall sehr interessant, wie wir diesen Film im Besitz haben. Die ist schon auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen dicker. Hier sind wirklich auch ein paar ganz gute Infos drin, so ein paar Background-Stories, was da so passiert ist. Und, ich glaube, 16-seitiges Bookletts auf jeden Fall. Wurde natürlich mit den Texten, Kooperation von Deadline, das Film-Magazin umgesetzt. Hier haben wir nochmal das gleiche Art-Cover. Hier hätte man hier nochmal bei der Bonus-Disc ein anderes nehmen können. Na gut, ist eben so. Man sieht hier auf jeden Fall eine Silhouette. Ihr könnt mir schon vorstellen, was es sein soll. Da kann ich es nochmal abnehmen hier. Was es auf jeden Fall darstellen soll. Und die Plastikhirne drin auf jeden Fall. Es macht schon einen hochwertigen Eindruck. Die Pappe, meines Erachtens, können wir noch ein bisschen dicker sein, das wäre letztens aufgefallen. Aber, ich meine, für, ich glaube, 22,99 kann man bei diesem Mediabook, glaube ich, nichts falsch machen. Dann geht das total in Ordnung. Auf jeden Fall ist das für mich eine schöne Umsetzung dieses Films. Und, ja, da kann ich es schon mal jedem, ich glaube, das schon mal einfach mal empfehlen, sich den vielleicht zuzulegen. Aber weiter mehr, jetzt im Nerd-Check mit der Film-Kritte. Ja, ihr habt das Unboxing gerade gesehen zu African-Konfu-Nazis. Ein Film von Sebastian Stein, der mit 10.000 Dollar dieses Ding hier gedreht hat in Ghana. Er lebt ja in Japan und mit einem anderen Freund hat er sich zusammengetan und hat in Ghana diesen Streifen da gedreht. Adolf Hitler lebt und macht in Ghana eine Konfu-Schule auf. Und will die Weltherrschaft an sich reißen, so gesehen. Ja, das deutet so dieser Film ein bisschen an und ist wirklich eine Trash-Perle des, ne, des Grauens ja nicht. Also das ist auf jeden Fall lustig gemacht. Dieser Film geht 84 Minuten und darf man auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Ist so ein bisschen mehr Satire. Ist teilweise wirklich ein bisschen blutig. Also die Kamera muss ich mal auch sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also die Qualität überhaupt, sag ich mal, dieses Streifens hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht, weil da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen, sag ich mal, bei vielen kleinen Low-Budget-Produktionen. Und da muss man sagen, das hat bei African-Konfu-Nazis, da haben sie eine gute Kamera genutzt, auch einen guten Ton. Und der beweist auch so, dass der ein bisschen Ahnung hat von Kameraschnitt und so weiter. Das hat wirklich überzeugt. African-Konfu-Nazis ist natürlich, sag ich mal, eine kurzweilige Geschichte, die man wirklich mit ein paar Kumpels mal sich anschauen kann. So Trash-Liebhaber werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ähm, erinnert mich so manchmal so ein bisschen an Karate-Kit. Man mischte halt wirklich so Karate-Kit zusammen und man hatte halt so zwei verfeindete Kung-Fu-Schulen. Und natürlich dann so ein bisschen dieses Thema mit, natürlich den Nazis, sag ich mal, wie bei Iron Sky. Hat da so ein bisschen Sonnen gemixt. Finde ich ganz lustig auf jeden Fall. Konnte mir sie sich wirklich, teilweise würde ich es sehr gut angucken. Also war kurz, sagt ja, kurzweilig und war bis dahin echt nicht schlecht. Natürlich bleibt es eine Trash-Perle so gesehen, wo man sagen muss, das ist natürlich jetzt kein Blockbuster. Das würde ich dann auf eigene Gefahr, sich diesen Film anzugucken. Auf jeden Fall habt ihr ja im Unboxing gesehen, was sich wie der Bush Media hier einfallen lassen hat. Das Art-Cover finde ich wirklich auch sehr gut gelungen. Und man hat dann ja noch auf der Bonusscheibe, habe ich ja vorhin auch noch gesagt, dann auf jeden Fall mehr noch an Bonus-Material. 102 Minuten lange Bonus-Material. 2000 ist die ja limitiert hier. Und da bin ich eigentlich schon fast an meinem Ende meiner Kritik hier. Diese Scheibe FSK 18 und muss sagen, hat mir wirklich von den Choreografien, von der Action, die da so ein bisschen teilweise drin ist, ein bisschen blutig auf jeden Fall, sehr trashig, sehr cool trashig, cooler Humor auf jeden Fall, hat mir doch durchweg gefallen. Und man muss natürlich aber abwägen, dass es, wie gesagt, keine High-Production ist und man da einfach da rangegangen ist und einfach gesagt hat, okay, aus Ghana nehmen wir da auch viele Schauspieler an, zu merken, dass auf jeden Fall nochmal die Synchro, die Synchro ist wirklich sehr stumpf, aber richtig stumpf. Das ist nämlich dann teilweise norddeutsch, gemischt mit hochdeutsch und so, wie sagen sie schön im Booklet? Natürlich, das wäre schnodderdeutsch. Und das kommt wirklich so ganz lustig drüber, manchmal ein bisschen sehr strange und da geht es so ein bisschen wie die Punktabzüge, aber es sagt ja, der Film will sich überhaupt nicht ernst nehmen und das gefällt mir eigentlich auch an diesem Film. Und da muss ich einfach sagen, daher bekommt dieser Film von mir eine 6 von 10. als Trashperle auf jeden Fall zu empfehlen, meiner Meinung nach. Ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr schon African-Konfu-Nazis gesehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Die DVD-Büro kommt ein bisschen später raus. Der kommt jetzt ja am 6., äh, der ist ja am 6.11. erschienen und ist immer noch zu haben, auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne bei Bush Media Group auf jeden Fall vorbeischauen. Alles hier verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Leute, Like und Abo hier lassen und bis dann und schauend. Also mit einigen Life Group auf jeden Fall avoid. Untertitelung. BR 2018